Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und zwar werde ich heute einmal wieder über neue Transfers rund um Hertha BSC sprechen. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal ganz kurz der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen, denn hier wird es so gut wie jeden Tag ein neues Transferupdate geben rund um die Bundesliga, rund um Hertha, da aktuell das Januar Transferfenster offen ist. Und sollte euch dieses Video heute gefallen, dann lasst doch ganz gerne ein Like da und ich würde sagen, starten wir heute rein mit den Hertha BSC News. Wo fangen wir da an? Hertha BSC ist interessiert an einigen Spieler und möchte zusätzlich noch einige Spiele abgeben. Fangen wir mal mit den Abgängen an. Freddy Bobic hat sich im Vorfeld zum Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Köln geäußert und hat sich darüber geäußert, dass Dio Weisio Zelfrück, unser Rechtsverteidiger, unser niederländischer Rechtsverteidiger, vor dem Absprung zum Verein aus England, zu dem Blackburn Rovership. Dieser Transfer ist kurz vor Abschluss und es sei eine Laie mit Kaufoptionen im Gespräch. Das ist damit eine weitere Laie, eine weitere Kaufoption und eine weitere Möglichkeit, dass diese nicht gezogen werden kann. Man muss grundsätzlich sagen, dieser Transfer ist folgerichtig. Er hat in 11 Bundesligaspielen absolute Katastrophenleistungen absolviert und ist wirklich damit aufgefallen, dass er absolut fehleranfällig ist und wirklich einer der schlechtesten Rechtsverteidiger diese Saison war. Er ist zwar 1,77 groß, aber seine defensive Instabilität hat uns wirklich viele, viele Tore kostet und damit auch Punkte. Er war wirklich ein Grund dafür, dass wir teilweise defensiv so instabil waren. Jetzt muss man sagen, in Blackburn, bei den Blackburn Rovers hat da das Potenzial, die Möglichkeit nochmal einen neuen Schwung zu sammeln, nochmal die Tapete sozusagen zu wechseln, wie man meistens sagt und dort kann er dann auf gute Leistungen aufbauen, sie dort weiterentwickeln, möglicherweise auch um den Aufschick in die Premier League mitspielen und dann kann man von da aus neu seine Situation betrachten. Gehen wir weiter. Hertha BSC zeigt Interesse an einem Spieler aus Frankreich, an ein französisches Top-Denit und zwar an Kylian Insosa von dem Verein aus der Ligue 2 von SM Kielkain. Ich bin leider kein Franzose, ich kann das leider nicht so aussprechen, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass Insona ist ein Spieler aus Frankreich, welcher 19 Jahre alt ist, welcher aktuell rund ein Marktwert rund von 1 bis 2 Monate beim SM Kielkain spielt und ja, ein Spieler auf der Rechtsaußenposition ist. Das heißt, er spielt Rechtsaußen, Linksaußen und ist ein Außenspieler. Und ich muss sagen, wir sind daran interessiert, dieser Transfer steht doch schon kurz vor Abschluss, er wurde bereits in Berlin gesichtet, er ist 19 Jahre alt, ein Top-Talent, spielt doch schon bereits für die französische U-Auswahl und gilt dort wirklich als ein Top-Talent. Grundsätzlich kann man sagen, er ist in der Ligue 2, das heißt der zweiten französischen Liga-Stammspieler, hat dort in 35 Spielen zwei Tore gemacht und ja, ist wirklich ein Top-Talent, hat dort bereits mit 18, 19 Jahren sein Debüt gegeben, ist dort immer weiterentwickelt und man muss grundsätzlich sagen, dieser Transfer ist, wenn er denn so durchgeht, wirklich ein guter Transfer. Man muss nichtsdestotrotz sagen, er ist aktuell immer noch, laboriert er noch an einem Kreuzmatris, muss diesen erstmal vollständig auskurieren, das heißt, er ist keine Soforthilfe. Nichtsdestotrotz verkörpert er Flügelspieler-Attribute, die wir so noch gar nicht im Kader haben. Das ist auch nicht schwer, wir haben kaum Flügelspieler im Kader, aber nichtsdestotrotz bietet uns das mehr Breite auf den Flügelpositionen und bringt viel Qualität mit, ist noch sehr jung und um Attribute, die uns aktuell noch fehlen. Tempo, Geschwindigkeit kann ich da zum Beispiel nennen, aber auch Dribbelfähigkeit und auch unter anderem auch der Abschluss. So Attribute, die fehlen uns halt einfach und ich bin froh, dass wir damit einen Vorgriff haben, vor allem auch für den nächsten Sommer und für die nächste Saison gesehen. Natürlich schade, dass er jetzt ein halbes Jahr raus gewesen war und er wird wahrscheinlich auch nicht bald wieder auf dem Platz stehen, aber nichtsdestotrotz im Laufe der Rückrunde kann er aufgebaut werden und dadurch auch eines bereits in das Team integriert werden kann und dann im Sommer mit einer kompletten Vorbereitung durchstarten kann. Man muss sagen, das ist genau das, was Bobic angekündigt hat, denn im Vorfeld des Spiels gegen den 1. FC Köln sagte Bobic, man möchte junge Spieler verpflichten im Vorgriff für den Sommer, die den Klub auch weiterentwickeln. Und ja, grundsätzlich kann man sagen, das wäre ein guter Transfer. Der wird auch höchstwahrscheinlich so durchgehen. Es wird eine kleine Ablöse völlig sein, aber das wäre kein Problem, denn das finanzielle Risiko ist auch enorm gering, denn die Ablöse wird sich nur so im einstelligen Millionenbetrag, ja im niedrigen einstelligen Millionenbetrag bewegen. Ja, dann muss man da mal schauen, er unterschreibt laut der Likib einen 4-Jahres-Vertrag und es bericht da und auch andere Medien, dass er möglicherweise erst im Sommer wechseln wird. Das können wir alles in den nächsten Tagen erst festhalten und ich würde sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Transfer über. Und zwar, Luka Tussar möchte man laut Freddy Bobic gar nicht loswerden. Er bestätigt gleichzeitig, dass Luka Tussar gar nicht vor einem Abgang stehe, sondern dass man weiterhin in Berlin auf Luka Tussar, ja, setzt. Dann fangen wir jetzt an, über den letzten Neuzugang zu reden. Und zwar möglicherweise ist Hertha BSC laut The Secret Scout und daran interessiert, ja, Eddie Nketiah, ein Engländer, ein englischer Stürmer, von dem FCA-Sendung zu verpflichten. Man habe Interesse daran, ihn zu verpflichten. Er ist ein 22-jähriger Stürmer, natürlich nur auf Leihbasis zunächst. Ist ein großes Talent in England und kommt bisher überhaupt nicht zum Zug. Hat gerade mal 8 Einsätze diese Saison absolviert, hat 5 Tore zwar erzielt, aber er kommt beim FC Arsenal nicht zum Zug. Er steht hinter Aubameyang und hinter auch noch weiteren Stürmern. Kommt nicht zum Zug, hat in 3 Premier League-Einsätzen auch nur 38 Minuten gespielt und konnte im EFL Cup überzeugen. Grundsätzlich muss man sagen, ja, Arsenal möchte ihn auch sein. Es sind verschiedene Bundesligisten interessiert. Zum einen berichtet man von Augsburg, Stuttgart, Hertha und Gladbach, aber auch aus dem England kommt Interesse. Norwich, Burnley, Crystal Palace und Brighton haben enormes Interesse, diesen Spiel zu verpflichten. Und man habe bereits mit Vertretern über die Verpflichtung von Andy Nketiah gesprochen. Und ich glaube aber, dass es bei diesem Geräusch erstmal ein bisschen drücken muss, denn es ist eben so enorme Konkurrenzfisch dabei und grundsätzlich muss man sagen, Hertha BSC macht nicht den Anschein, Top-Transfers zu verpflichten zu wollen und grundsätzlich muss man sagen, Geld zu investieren in eine Position, die ja als Stürmer, er ist ja ein Stürmer, er ist ein Stürmer und die Position ist bei uns grundlegend gut besetzt. Wir haben andere Baustellen, Flügelspieler, Rechtsverteidiger, Stürmer ist natürlich auch eine Baustelle, aber von der Priorisierung her ist die nicht so hoch angesehen, wie zum Beispiel der Rechtsverteidiger. Ich bin gespannt, wie Freddy Bobic das löst, diesen Transfer. Winter, es bleibt jetzt noch einiges an Zeit. Ich hoffe erstmal, dieses Video hat euch heute gefallen. Das war's. Ich würde sagen, abonniere, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC zu verpassen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, genießt den Abend. Tschüss.